Ich glaub das hier nicht. Ich glaub ich bin gleich tot, tuttl tuttl. Hallo Leute, Dummschwätzer, geht's weiter. Ich hab mir ein bisschen Zeit freigeschaufelt. Ah, yes. Und ja, wieder mit langen, ich hab jetzt die Haare, ich hab wieder halt wieder geduscht und hin und her. Hört auf jetzt mit der Horde, aha, so fluffig weich. Ich bin wieder mit Kontroll am Start, ich komm hier nicht raus. Und die Zeit abläuft vielleicht, ne komm. Also, ich habe ja einen Tipp bekommen letztes Mal. Vielen Dank, Sebastian. Und zwar soll ich hier oben rein und sterben. Achso, ich alter Affezippel hätte mal speichern sollen. Guck Mario, nach links. Mario. Mario, willst du mich rollen? Hä? Mario? Mario, komm schon. Alter, will er mich verarschen? Verfickt lange, 10 Minuten später. Der Papa hat's rausgefunden. Ohohohoho, okay. Hat tatsächlich geklappt, gut. Meine Haare haben so eine Welle so drin. Okay, oh, ich bin so guuut. Mann, ist das wieder behindert hier. Wo kommt denn der Stein her? Der war letztes Mal aber nicht da. Hey! Voll die ungeahnten Schwierigkeiten. Alter, ich weiß, dass da ein Stein ist. Ich darf nur zu schreien. Die Nachbarn denken, ich bin saucool. Kann ich nicht auf dem Ding nur rumspringen? Sebastian! Ich bin ein Arschloch, jetzt hab ich gespeichert. Das wäre doch jetzt die Möglichkeit gewesen, über den Fickerricht zurück zu springen. Ich habe meinen Speicherpunkt so dumm gesetzt, dass ich jetzt ein verficktes Leben verloren habe. Ich habe nur noch ein Leben. Geil bei! Ich mache mal eine Folge, wo nur meine scheiß Tote drin sind. Ich habe bestimmt jetzt schon 30.000... Ich habe schon verstanden. So schnell muss ich da hin! Das ist zum Scheiße-Melken. Der Mario, wenn ich mich durchkriegt, kriegt es mich vielleicht schnett. Hier in der Schütterung. Das muss ich direkt schaffen. Mario, du bist ja schön! Mario, ich spreche auch noch nicht. Mario... Nee, ich spring jetzt leid, ich will jetzt leid, ich bin Mario. Ab ins Klo. Alter, wenn ich nichts mal drüben bin, speichere ich! Nee, aber wenn ich in den Speicher so ein Arsch losse... Ich bin jetzt schon nass geschwitzt. Hui! Mario! Gehirnerschilderung, danach Analfissur, was weiß ich. Scheiße! Ich muss auf die Scheißbombe drauf. It's a me, Julio! Ich bin soweit ganz zufrieden. Total nass geschwitzt. Ist aber auch heiß! Ist aber auch heiß hier drin. Ich habe allein jetzt über die Session schon 80 neue Pickel bekommen im Gesicht, weil es so ansteigt ist! Ja, ist das schön. Hui! 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 Vorsicht, ihr Schniedel! Ich will immer kurz stehen bleiben, kurz die Szenen beachten, kurz einfach mal gucken, was jetzt... was sich überhaupt wohin bewegt. Easy. Das ist so easy. Ich hab gar nicht wuchs eifelswild. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Nicht ganz. Aber komme ich von da da rüber? Ahaha! Ne Mario! Tsch! 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 Wilja! Dumb 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 sandy Moment Ah, man kann's scharfe total locker Manchmal, glaubw ich, so locker geht's gar nicht. Aber dann geht's doch locker. Ach, ich will Pfannkuchen Öhm, ich will Pfannkuchen Please Ich bin so groß, aber ich kann nicht glauben, wie groß ich bin. Es ist so einfach. Jetzt gehe ich da runter. Oh, hoffentlich kommt das wieder. Ich habe gerade gespeichert. Es ist wieder da! Oh Gott, ich liebe die... Ja! Ich dachte gerade, ich musste alles von vorne machen. Mensch! Ich war schon voll am Eskalieren gerade. Ist aber schwierig.